Liebe Freunde der Wissenschaft, ich begrüße Sie herzlich zum dritten Teil der Corona-Maßnahmenbewertung des Sachverständigengutachtens der Bundesregierung. Heute wird es noch spannender als in den ersten beiden Teilen werden. In dieses Mal werden auch konkrete Zahlen zum Nutzen sozialer Ausgrenzungsmaßnahmen, wie etwa der 2G-Regelung genannt. Bleiben Sie also unbedingt dran, es wird spannend und auch ein bisschen gruselig werden. Zunächst aber bewerten die Gutachter die Lockdown-Maßnahmen. Und diese Bewertung hat mich vom Hocker gerissen. Um keinen Fehler zu begehen, lese ich diese wichtige und erschreckende Bewertung vor. Aufgrund der biologischen und physikalischen Plausibilität gibt es keinen Zweifel, dass die Reduktion enger physischer Kontakte zur Reduktion von Infektionen führt. Einschränken ist allerdings festzuhalten, dass sich die Stärke des Lockdown-Effekts aufgrund fehlender wissenschaftlicher Begleitung, Kontrollgruppen und Erfahrungswerten nicht kausal und umfassend abschätzen lässt. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wir wollten doch endlich mal Evidenz sehen. Wir wollten Beweise dafür haben, dass die Einschränkungen wirklich einen Nutzen hatten. Stattdessen wieder nur Plausibilität. Wenn sozialer Kontakt reduziert wird, dann müsste das doch was bringen. Ja, wenn ich von jedem Menschen 10 Meter Abstand halte, kann ich mich wohl nicht mehr ranstecken. Aber sind nun 1,5 Meter ausreichend oder geht auch ein Meter oder sollten es doch zwei Meter sein? Und was für einen Schaden richten die Abstandsregeln an? Und es gab ja auch mal das nächtliche Ausgangsverbot, um Kontakte zu reduzieren. Wir durften zeitweise ja noch nicht einmal auf einer Parkbank im Freien sitzen. Gibt es eigentlich Erkenntnisse zum Nutzen oder zum Schaden solcher Maßnahmen? Nein, nichts. Es müsste plausibel sein. Und selbst diese vage Abschätzung wird von den Gutachtern selbst sogar noch relativiert. Nämlich, dass sich die Stärke des Lockdown-Effekts aufgrund fehlender wissenschaftlicher Begleitung nicht kausal und umfassend abschätzen lässt. Das ist nichts anderes als ein ohnmächtiges Eingeständnis des eigenen Unwissens. Und es ist sogar eine Schuldzuweisung an die Politiker, die es versäumt haben, ihre freiheitseinschränkenden Maßnahmen begleitend zu erforschen, um wenigstens für spätere Lockdown-Maßnahmen eine rationale Legitimation zu erlangen. Nicht einmal der Versuch dazu wurde seitens der Politik unternommen. Herr Lauterbach, wie fühlt man sich eigentlich, wenn die eigenen Gutachter einem die unterlassene Begleitforschung wiederholt um die Ohren hauen? Auf Seite 84 beginnt endlich die Diskussion um die isolierenden und diskriminierenden 2G- und 3G-Maßnahmen. In der Kosmos-Studie der Uni Erfurt lehnten knapp 90 Prozent der befragten ungeimpften Personen Beschränkungen ab, die über 3G hinausgehen. Also 2G, welches die Ungeimpften von sozialer Teilhabe ausschließt, wird von den Ungeimpften abgelehnt. Welche Überraschung! Interessant wäre hier mal gewesen, wie die Geimpften dazu stehen. Ob sie sich etwa mit den Ungeimpften solidarisieren und sagen, das 3G reicht, also Teilnahme an Veranstaltungen, Kino, Restaurant etc., wenn ein negativer Test vorliegt. Oder ob die Geimpften der sozialen Ausgrenzung der Ungeimpften zustimmen. Dazu gibt es aber leider keine Daten. Was sagen die Gutachter denn nun zu 2G und 3G? Sie berichten auf Seite 85, dass die 2G-Regel gegenüber der 3G-Regel theoretisch den Vorteil hat, dass sich Infektionen unter Geimpften weniger häufig ausbreiten. Wie bitte? Sollten sich die Menschen denn nicht impfen lassen, damit sie geschützt sind und nicht erkranken? Und jetzt behaupten die Gutachter? Und der 2G seien sie aber noch besser vor den Ungeimpften geschützt? Aber die sind doch durch 3G gerade frisch getestet und haben wahrscheinlich eine geringere Wahrscheinlichkeit, das Virus in sich zu tragen, wie ein vor fünf Monaten Geimpfter, dessen Impfschutz schon wieder stark nachgelassen hat. Der sich aber bei 2G ja nicht testen lassen muss, weil ja theoretisch virenfrei ist. Beweise für die Theorie, dass 2G die Geimpften besser schützt als 3G, bleiben die Gutachter, mich wundert schon gar nichts mehr, natürlich wieder einmal schuldig. Aber jetzt kommt das Dicke. Wenn auch zwar keine richtige Feldforschung zu dieser Frage stattfand, was das Beste gewesen wäre, gab es immerhin ein mathematisches Modell, um den Nutzen von 2G abzuschätzen. Wegen der großen Bedeutung dieser Passage werde ich diese wiederum vorlesen. Um die Effektivität von 2G und vergleichbaren Regelungen abzuschätzen, haben Prosser et al. ein mathematisches Modell entwickelt, die Number Needed to Exclude. Okay, das hatte ich bis dahin auch noch nicht gehört. NNE, analog zu den bekannten Indikatoren Number Needed to Treat bzw. Number Needed to Vaccinate. Die Berechnungen erfolgen auf Grundlage der epidemiologischen Charakteristika der Delta-Variante. Hier zeigt sich eine NNE von 1.000. Was bedeutet, dass mindestens 1.000 ungeimpfte Personen vom gesellschaftlichen Leben, z.B. Arbeitsplatz, öffentliche Verkehrsmittel, ausgeschlossen werden müssten, um eine SARS-CoV-2-Infektion zu verhindern? Dies wird darauf zurückgeführt, dass die Ansteckungswahrscheinlichkeit in den Bereichen, für die ein solcher Ausschluss durchführbar ist, ohnehin vergleichsweise gering ist. Gleichzeitig sind aber empfindliche Schäden anzunehmen, z.B. Arbeitsplatz, soziale Teilhabe. Seite 87. Ich fasse noch einmal zum Mitschreiben zusammen. Das Gutachten zitiert ein mathematisches Modell, welches über 1.000 Ungeimpfte nahezu vollständig von der sozialen Teilhabe ausschließt, um eine einzige Infektion zu verhindern. Von der ich mir auch nicht sicher bin, ob damit wieder nur ein positives Testergebnis gemeint ist, was ja keineswegs eine Infektion bedeutet, sondern nur Schleimhautbesiedelung mit Virenmaterial oder ob eine richtige Covid-Erkrankung gemeint ist. Aber in beiden Fällen überlegen Sie sich bitte selbst einmal, ob da Nutzen und Schaden, der sogar zugegeben wird, in einem annehmbaren Verhältnis zueinander stehen. Es kommt aber noch schlimmer. So heißt es auf Seite 88. Ich lese wieder mal vor. So wird auch in der Stellungnahme der Max-Planck-Gesellschaft zu den Maßnahmen davon ausgegangen, dass es bei einer guten Erkennung der Infektion von 75% keinen Unterschied zwischen 2G- und 3G-Veranstaltungen gibt. Wollen wir das noch toppen? Bitte gerne. Wir sind immer noch auf Seite 88. Aus einer Public-Health-Perspektive zeigen Befragungen in mehreren Ländern, dass verpflichtende Impf- und Immunitätsnachweise aus psychologischen Gründen kontraproduktiv sein können, da hier durch die Motivation, sich impfen zu lassen, deutlich gesenkt werden kann. Das ist der gutachterliche Todesstoß für die 2G-Maßnahmen. Oder habe ich da etwas komplett missverstanden? Ich glaube, das kann man gar nicht missverstehen. Aber es scheint Menschen in unserem Land zu geben und leider auch in verantwortlicher Position, die das Gutachten entweder nicht gelesen haben, nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollten. Immerhin gibt es aber in anderen Ländern Menschen, ja sogar Politiker, die eine gewisse menschliche Größe zeigen. Die Premierministerin der kanadischen Provinz Alberta hat sich bei allen Ungeimpften und Maskenverweigerern entschuldigt. Ich werde das unten in der Videobeschreibung verlinken, kann jeder nochmal nachschauen. Sie sagte wörtlich, es tut mir zutiefst leid für jeden, der aufgrund seines Impfstatus in unangemessener Weise diskriminiert wurde, erklärte sie. Es tut mir sehr leid für jeden Regierungsangestellten, der wegen seines Impfstatus entlassen wurde. Und ich heiße sie willkommen, wenn sie zurückkommen wollen. Und weiter, es war eine politische Entscheidung, die Charta der Rechte und Freiheiten über Bord zu werfen, um diese Bußgelder überhaupt erst einzuführen. Und ich denke, es kann eine politische Entscheidung sein, das wieder gut zu machen, sich dafür zu entschuldigen und sie aufzuheben. Herr Lauterbach, nehmen Sie sich mal ein Beispiel. Oder besser noch, Herr Spahn, Sie meinten doch einmal ganz zu Beginn der Pandemie, wir müssten einander einmal viel zu verzeihen haben. Ich weiß zwar nicht, warum Ungeimpfte Sie um Verzeihung bitten sollten, aber umgekehrt wird schon ein Schuh draus. Ich wünsche den deutschen Politikern so viel Anstand und Würde, wie sie diese Kanadierin gezeigt hat. Und ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, viel Gesundheit und die Hoffnung, dass auch bei uns einmal Einsicht einkehren möge. Bleiben Sie gesund. Nein, nichts anderes. Schuhen Sie TYRUS Mmm done.